Hallo und willkommen auf dem Kanal Dill Design Grafik mit Photopea. In diesem Tutorial geht es um Formen erstellen und wie dies funktioniert oder wie ihr Formen erstellen könnt, das zeige ich euch in diesem Tutorial. Ich habe ein neues Projekt erstellt und wir machen heute mal Kreise, wir machen heute mal Rechtecke, Dreiecke, wie sowas funktioniert. Das geht relativ simpel und geht relativ einfach. Wir gehen einfach mal hier oben in das Rechteck-Auswahlwerkzeug. Da gibt es, wenn ihr da etwas länger mit der linken Maus drauf klickt, dann geht so ein kleines Fensterchen noch auf. Da könnt ihr auswählen, zwischen Rechteck und Ellipsen-Auswahl. Wir klicken einmal auf Rechteck und jetzt können wir einmal mit der linken Maus hier in unsere Zeichenfläche reinsetzen und ziehen das nach rechts oder nach links, je nachdem wo ihr angesetzt habt. Und dann könnt ihr eine Größe bestimmen, wie ihr das gerne haben möchtet. Ich klicke es jetzt mal so. Wenn ihr die Maus loslasst, dann wird hier automatisch eine Auswahl erstellt und wenn ihr jetzt hier mit dem Füllwerkzeug, dann geht ihr hier auf das Verlaufswerkzeug und einmal mit Füllwerkzeug anklicken und dann klickt ihr hier in diese Fläche hinein und schon wird das farbig gestellt. Jetzt ist natürlich das Problem, dass hier das direkt auf dem Hintergrund mit drauf gesetzt wurde. Das will ich natürlich nicht. Wer diese Ebene, diese Fläche, dieses Viereck auf einer einzelnen Ebene haben möchte, der muss zuvor einmal hier unten auf neue Ebene drauf gehen. Damit wird hier eine leere neue Ebene erstellt und wenn ich jetzt hier nochmal reinklicke, dann wird das alles auf eine Ebene, auf eine neue Ebene gelegt. Um diese Striche aus dieser Auswahl wieder aufheben zu können, drücken wir einmal Strg und D wie Dora und schon ist das weg. Ich werde diese Ebene mal wieder löschen. Ich werde mir eine neue Ebene machen. Wenn ich jetzt das Rechteck-Auswahlwerkzeug nehme und die Umschalt-Taste drücke, ich klicke einmal hier rein mit der linken Maustaste in die Zeichenfläche, danach drücke ich die Umschalt-Taste und ihr seht, es wird automatisch ein Quadrat aufgezogen, was proportional gleich groß ist. Also es wird immer von der linken oberen Ecke oder von dieser Ecke, wo ich angesetzt habe, von da an wird das automatisch vergrößert. Ich habe jetzt zuvor die Umschalt-Taste losgelassen. Das heißt, ich werde nochmal zurückgehen, werde das so machen. Ich lasse als allererstes die linke Maustaste los und danach die Umschalt-Taste und damit bleibt das dann proportional gleich groß. Und jetzt kann ich das natürlich genauso wieder füllen. Andere Variante, wenn ich jetzt das Viereck aus der Mitte aufziehen möchte, da drücke ich einmal mit der linken Maustaste in die Zeichenfläche hinein, drücke danach die Umschalt-Taste und die Alt-Taste und wenn ich das aufziehe, dann ziehe ich das Viereck aus der Mitte heraus auf. Diese drei Möglichkeiten gibt es hier für diese Rechteck-Auswahl-Werkzeug. Das funktioniert natürlich mit dem runden Auswahl-Werkzeug genauso, mit dem Ellipsen-Werkzeug. Wenn ich einmal die linke Maustaste drücke, dann kann ich hier eine Ellipse aufziehen, so wie ich das gern haben möchte. Ich kann das natürlich dann hier mit der Fotogrundfarbe füllen und hebe dann die Auswahl auf. Wenn ich das hier weg drücke, dann ist das auf einer eigenen Ebene. Ich mache das alles mal zurück. Wenn ich jetzt die Umschalt-Taste drücke, wird von der Ecke der Kreis proportional aufgezogen, von der Ecke, wo ich reinklicke. Einmal klicken, Umschalt-Taste. Ich habe das falsche Werkzeug genommen. Eckklicken, Umschalt-Taste und jetzt seht ihr, der Kreis wird aufgezogen. Man kann ihn größer und kleiner machen. Als allererstes die linke Maustaste loslassen und dann auch die Umschalt-Taste. Und genauso wie bei dem Viereck, wenn ich in die Mitte hinein klicke, Umschalt-Taste und die Alt-Taste und ich kann den Kreis aus der Mitte hinaus aufziehen. Das ist manchmal hilfreich und nützlich, wenn man den Kreis genau in die Mitte haben möchte. Oder irgendwo einen Kreis noch drauf projizieren möchte, wo man genau sagt, da ist der Mittelpunkt, von da aus möchte ich den Kreis genau in die Mitte haben. Ist das natürlich sehr, sehr hilfreich. Da muss man nicht extra noch den irgendwie noch verschieben und anpassen. Das sind die ersten beiden Möglichkeiten. Wir haben dann hier unten einmal das Stift-Werkzeug. Wenn ihr da drauf klickt, gehen hier oben mehrere Sachen auf. Und zwar gibt es hier einmal Form und Pfad. Es gab noch Pixel, aber das Pixel wurde wahrscheinlich aufgehoben. Wenn wir einmal bei Form gehen, können wir die Füllung, also wir können das insgesamt gleich von vornherein gefüllt haben mit einer Farbe. Wenn ihr hier auf dieses rote Kästchen drauf geht, kann natürlich sein, dass es bei euch weiß ist oder schwarz, weiß ich jetzt nicht. Da könnt ihr euch hier eine Farbe aussuchen oder hier auf dieses rote Kästchen draufklicken, dann sucht ihr euch hier eine Farbe aus. Ihr habt die Möglichkeit, eine Kontur zu machen. Wenn ihr eine Kontur haben möchtet, dann müsst ihr hier auf das Farbfeld gehen und sucht euch genauso eine Farbe aus. Funktioniert genauso. Also, ich werde jetzt diese Kontur mal, ich nehme mal ein Weiß. Hier könnt ihr die Breite der Kontur einstellen. Ich sage jetzt mal 4 Pixel, das sollte ausreichen. Wenn ihr die Zahl geschrieben habt, klickt ihr mal einfach hier rechts daneben rein. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, die Kontur als Strich, als Strich, 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 Strich oder als Punkte darstellen zu können. Zu diesem Tool kommen wir dann später auch noch irgendwann mal dazu. Da erkläre ich euch mal, was es damit auf sich hat. Ich belasse es jetzt mal einem durchgehenden Strich. Das Ganze möchte ich natürlich alles auf eine neue Ebene haben. Das heißt, wenn ich jetzt hier in die Zeichenfläche reingehe, wird hier automatisch auf der rechten Seite eine neue Ebene erstellt. Ich klicke einmal hier links hinein. Und da seht ihr, wenn ich hier jetzt langziehe, passiert gar nichts. Gehe da wieder zurück. Einmal klicken, zweimal klicken, dreimal klicken, viermal klicken, fünfmal klicken, sechsmal klicken, siebenmal klicken, achtmal klicken, neunmal klicken. Und zum Ausgangspunkt zurück. Und damit haben wir eine Form erstellt. Ihr könnt beliebig diese Form machen, wie ihr möchtet. Wenn ihr diese Form dann hier erstellt habt, wie ihr es gerne haben möchtet, geht hier auf diese Ebene. Einmal rechtsklick und rastern. Und damit ist diese Ebene gerastert. Jetzt sieht man natürlich das Weiß, diesen weißen Kontur sieht man natürlich jetzt nicht. Ich werde mal die Hintergrundebene ausschalten und da seht ihr, hier ist eine weiße Kontur. Ich hätte jetzt die Kontur natürlich blau machen sollen und hebt sich das von dem weißen Hintergrund besser ab. Diese Ebene noch einmal löschen. Wenn ich jetzt hier eine Form erstelle, kann ich solange wie dieser blaue Rand hier noch, diese blaue Auswahl noch zu sehen ist, kann ich noch die Farben hier ändern. Das heißt, ich kann auch keine Fläche machen. Ich möchte aber die Kontur in einem Grün haben. Müsste ich jetzt die Kontur mal höher setzen, damit man das etwas besser sieht. Solange wie diese Striche zu sehen sind, kann ich hier noch Änderungen vornehmen. Ich könnte jetzt das gestrichelt machen. Ich könnte das gepunktet machen. So wie ihr das gerne haben möchtet. Ich belasse es mal bei einem durchgehenden Strich. Ich werde mir wieder eine Farbe suchen. Ich nehme diesmal ein Blau. Oder ich nehme mal ein Schwarz. Das sieht man als Grün besser. Und jetzt gehe ich wieder hier rechtsklick drauf und rastern. So kann ich Formen erstellen mit dem Stiftwerkzeug. Geht natürlich auch noch anders. Erstmal löschen. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel eine Rundung in der Form drin haben möchte. Da werde ich hier einmal klicken. Werde hier ein zweites Mal klicken. Wenn ich jetzt hier ein drittes Mal klicke, halte ich die linke Maustaste fest. Und ziehe die einfach mal. In welche Richtung ihr das zieht, spielt das keine Rolle. Das müsst ihr für euch dann selber herausfinden, wie für euch die Formen sind. Je weiter ihr zieht, desto mehr wird die Biegung. Je kürzer ihr diese Striche habt, desto weniger wird die Biegung. Wenn ihr nach oben und unten geht, könnt ihr die Richtung der Biegung anpassen. Dann einmal loslassen. Dann klickt ihr einmal auf die Alt-Taste. Mit der linken Maustaste den Mittelpunkt einmal anklicken. Dann geht der linke bzw. ein Strich geht hier weg. Und dann könnt ihr wieder zu dem Ausgangspunkt zurückgehen. Wenn ihr die Alt-Taste nicht drücken solltet. Ich werde mal den Schritt zurückgehen wieder. Und ihr klickt hier wieder weiter. Wird automatisch eine neue Rundung erstellt. Und zwar diese Rundung bezieht sich dann auf diese Rundung. Die wird dann einfach nur weiter fortgeführt. Bis zu dem Punkt, wo ihr hingeklickt habt. Dann wieder zu dem Ausgangspunkt zurück. Und so könnt ihr auch wieder eine Form erstellen. Dann wieder hier drauf gehen. Rechtsklick. Rastern. Und fertig. Form erstellt. Eine weitere Variante könnt ihr, indem ihr hier unten auf das Rechteck drauf geht. Wenn ihr da etwas länger drauf geht, dann gehen hier mehrere Sachen auf. Ihr habt hier die Möglichkeit ein Rechteck zu machen, indem ihr hier oben auch wieder auf Form geht. Pfad. Hier unten kommen jetzt zum Beispiel diese Pixel. Pfad kann man ja auch machen. Das funktioniert auch. Ich belasse es jetzt mal dabei. Hier sind noch mehr Sachen dazugekommen. Wir gehen aber mal ganz normal mit dem normalen Standard. Ich klicke jetzt hier einmal. Und kann mir wieder ein Rechteck aufziehen, wie ich es gerne haben möchte. Und dann wird automatisch das dann erstellt mit Kontur und Füllung. Wieder rechtsklick und rastern. Wenn ich hier unten auf diese Ellipse gehe, funktioniert es genauso wie hier oben mit der Ellipse. Einmal drauf gehen. Und dann kann ich mir eine Ellipse ziehen. Wenn ich die Umschalttaste drücke, wird es automatisch dann ein Kreis. Wenn ich die Umschalttaste loslasse, bleibt es wieder eine Ellipse. Und hier kann ich genauso das ändern, wenn ich jetzt die Striche hier gestrichelt haben will. Ich kann die Farbe ändern und so weiter. Solange wie diese blaue Linie noch vorhanden ist. Das hier ist eine Linie, das hat mit einer Form an sich jetzt nichts zu tun. Ich kann mir praktisch, wenn ich etwas unterstrichen haben möchte, kann ich mir eine Linie ziehen. Wenn ich jetzt hier diese Pixel, sage ich mal, auf ein Pixel setze, dann würde man hier eventuell schwarz drinnen sehen. Ich kann die Breite dieser Linie auch etwas verändern. Dann müsste ich nochmal zurückgehen. Dann habe ich hier eine dicke Linie. Dann sieht man auch diese schwarze innen drin. Wer nur eine schmale Linie haben will, dann hier oben wirklich drei, vier Pixel haben. Das ist natürlich dann mehr sinnvoller, weil hier kann ich ja natürlich dann auch ein ganz normales Rechteck wieder aufziehen. Dann haben wir die parametrische Form. Wenn ich da hier einmal reinklicke, dann seht ihr, dann geht so ein Fünfeck auf. Wenn ich hier wieder reinklicke, also ich kann das mehrere Klicks nacheinander machen, das funktioniert auch. Ihr seht, auf der rechten Seite wird jedes Mal eine neue Ebene erstellt. Ich mache den Spaß mal zurück. Hier oben habt ihr die Möglichkeit, die Seitenanzahl von dieser parametrischen Form einzustellen. Ich mache jetzt mal eine 7 draus. Und wenn ich dann nämlich hier aufklicke, dann sieht das so aus. Jetzt mache ich hier mal eine 20 rein. Und dann haben wir schon fast einen Kreis. Könnt ihr auch machen, wie ihr wollt. Auch hier könnt ihr die Farbe noch ändern, der Füllung und die Farbe der Kontur ändern. Hier könnt ihr auch das so machen, wie ihr das gerne haben möchtet. Zum Schluss haben wir hier eine eigene Form. Wo wir eigene Formen erstellen können, beziehungsweise Formen schon vorgegeben sind. Und zwar klickt ihr hier einfach mal oben auf Form, auf dieses Dreieck. Und da sind mehrere Formen schon vorgegeben. Könnt ihr euch mal durchscrollen. Da sind bestimmt irgendwelche Sachen dabei, die ihr gerne haben möchtet. Oder haben wollt. Oder eventuell braucht. Ich denke mal, ist bestimmt für jeden etwas dabei. So, hier zum Beispiel das Flugzeug. Wenn ich da einmal hier reinklicke. Dann geht so ein kleines Fenster auf. Da klickt er einfach mal OK. Und dann geht hier so ein Fensterchen auf. Beziehungsweise wird diese Form erstellt. Einmal STRG und T klicken. Und wenn ihr die Umschalttaste nehmt und hier an so einer Ecke anfasst. Dann könnt ihr die Form natürlich auch größer machen. Einmal hier reinklicken. Ihr könnt wie gesagt immer noch ändern. Wenn ihr das wollt. Ihr könnt die Farbe ändern. Ihr könnt die Kontur ändern. Und und und. Wenn ihr das gemacht habt. Und ihr seid zufrieden damit. Dann einmal rechts klicken. Und rastern. Und damit habt ihr Form. Eine Form erstellt. So einfach geht es mit Formen erstellen. Hier in Photopea. Ich wünsche euch dabei viel viel Spaß. Und sage bis zum nächsten Video. Winke winke. Euer Frank. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Dazu Carla.